JAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Fortnite Was geht Leute? Ich war ziemlich no-ven, aber ich tatsächlich bei der Meidner-Galler-Geräste. Das haben wir uns heute ein bisschen mit dem Handy-Programm. Was noch nicht schlimm ist, weil wir eigentlich ziemlich cool sind. Wir sitzen hier in der Lounge und schauen uns gerade das No-Finale an. Erste Bundesplatz schon offen. Schinken uns Tomy leider nicht ganz so gut wie in Storm Search, die richtig krass hat über den Trieb viel Damage gemacht, weil wenn man da keinen Schaden in der Welt noch mehr macht, dann kriegt es natürlich übel. In diesem Storm Search steht gerade 45 Schaden pro Blitz, der quasi vom Sturm einschlägt. Das ist geisteskrank. Ich werde das mal suchen, so gut es geht, um Handy zu vloggen. Und ab morgen gibt es dann wieder Kamera, ich höre meine Freunde, aber ich werde das hier heute auf jeden Fall für euch mitnehmen. Auf! Ehre! An der Stelle, ganz viel Spaß jetzt, bitte schön vloggen. Ein paar Sekunden später. Okay, Realtalk, ich komme nicht mehr ansatzweise dazu zu vloggen, weil es wirklich so geisteskrank intensiv ist, meine Freunde. Ich werde euch, wie gesagt, später mal noch ein paar Sachen mit Handy zusammenfragen. Es ist super blöd, dass ich meine Speicherkarte dabei habe, aber es ist egal. Die Games-Tour, Leute, sind so geisteskrank. Dieses Mal ging es sogar mit Storm Search. Schinken, glaube ich, dieses Mal, ja, die Frühen auch gegangen. Stompte allerdings, glaube ich, noch Top Ten gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und es ist einfach nur krass, einfach nur krass, wer hat so einen Level-Vortrag gezählt, wenn man sich überlegt, hier sitzen wirklich 15-, 16-, 14- und 13-jährige, die um 3 Millionen an Duo spielen. Das ist crazy, Mann. Das ist geisteskrank. Ich finde es auf jeden Fall echt heftig. Ich rede mir nicht auf meine Lounge hier vorne. Ich weiß nicht, ob es ihr könnt. Das ist auf jeden Fall nicht so. Und ich habe mir eine ganz geile Zeit. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist geisteskrank. Es ist nicht laut hier, aber wird schon irgendwie, Leute. Also, von den Plätzen her, Leute, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Da läuft auf jeden Fall. Das schmeckt. Should we do a little dance competition? Yeah, let's do it. Okay, we need to film that. Okay, totally. So, den unangenehmen Teil des Vlogs haben wir jetzt auch schon damit durch. Läuft. Arschgeil nochmal. Arschgeil. Kann ja sagen, was man will, Leute. Aber einer kümmert sich immer. Es ist YouTube Gaming. Es ist ein richtiger Struggle, tatsächlich hier vegetarisch zu essen. Aber die haben vegetarische Tacos, vegetarische Burger. Angebissenes Obst. Also, das ist von mir angebissen. Mega, mega dope. Wirklich. Da muss man auf jeden Fall mal sagen. Shoutout an der Stelle an YouTube. Ja, bitte? Leute, Aqua ist wieder komplett oben im Highground. Ihr seht das vielleicht hier. Es könnte sein, dass er das Ding hier wirklich holt, Mann. Er hat eben schon das Game gewonnen davor. Und er ist komplett oben im Highground mit Night Fox. Geisteskrank. Hey Leute, hier ist wirklich eine heftige Stimmung. Es ist krass, Mann. Es ist wirklich krass. Oh mein Gott, Leute. Er holt's wieder. Er holt's wieder. Er holt's wieder. Let's go! Nice, Alter. Oh mein Gott. Die Österreicher. Die Österreicher wieder, Jungs. Let's go, Dudes. Krank, Alter. Er hat so unglaublich gut gespielt, Leute. Geisteskrank, Mann. Guckt euch den Lounge neben uns an, Alter. Alle sind sie da. Und wir sitzen hier. Arschgeil. Arschgeile Zeit, Mann. Sehr schön. Macht Spaß. Oh mein Gott, Leute. Aqua ist komplett alleine. Er könnte es jetzt holen. Nein! Oh mein Gott. Es könnte aber noch reichen. Es könnte reichen. Es könnte reichen für den dritten Platz. Für den zweiten Platz. Holy shit, Leute. Holy shit. Sechs Leute noch. Sechs Leute noch. Rojo gerade auf dem dritten Platz. Elevator mit raus. Vier Leute noch. Rojo holt das Ding. Wenn Rojo jetzt gewinnt, hat er die WM gewonnen. Oh mein Gott. Nein! Der Choke. Okay. Jetzt kommen die Punkte. Jetzt kommen die Punkte, Leute. Ich bin gespannt, wer es ist. Insane, Alter. Es könnte sein, dass Aqua dadurch das Rojo... Okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Aqua musste auf jeden Fall mit seinem Team mit dritter sein. Das ist auf jeden Fall safe. Okay, Leute. Gleich kommt das Standing. Gleich kommt das Standing, Alter. Ich bin richtig gespannt. Es ist gerade komplett ein Erdenkitzel hier, Leute. Es ist geisteskrank, Mann. Wirklich, es ist superlautig. Entschuldigung, wenn man noch ein Handy filmen muss. Aber ich ver... Ben habe leider Gottes die Spiker-Karte vergessen. Es könnte wirklich Aqua gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Ich wünsche es ihm so sehr, Mann. Ich wünsche es ihm so sehr. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Junge! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Nice, Bro! Fuck yeah! Oh mein Gott, Alter! Dude! Let's go, Alter! Holy shit! 3 Millionen, Alter! Oh mein Gott! Hey, Digga! Ping GG, Boys! Ein... ...GT... ...Glückwunsch, mein... ...Glückwunsch, Alter! Well fucking late! Heute hat's einen absoluten Hitzetag, meine Freunde. Es ist wirklich geistkrank warm. Aber... YouTube lässt sich im Stich. Es gibt... ...Digetarische Pizza, Cola... ...Mike über Schwimboxen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, wie es heute wird. Ich meine, es geht um Solo, um verdammte 3 Millionen. Ich habe auch jetzt mal die Kamera mit dabei. Ich bin auf jeden Fall mad gespannt, wie es tatsächlich heute ausgehen wird. Meine... ...Aqua tritt heute noch mal an. Gestern schon das Zoo gewonnen. Issa ist mit am Start. Light ist mit am Start. Fledermoy ist mit am Start. Also ich bin echt mal gespannt. Wir haben sehr viele Deutsche und sehr viele Europäer mit in der Gruppe drin. Das heißt, wir werden mal sehen, wie es ausgeht. Ich muss auf jeden Fall schnell essen. Dann holen wir die Lounge und ich schwitze hier des Fotos. Ich glaube, es ist wirklich ungelogen. 40 Grad, Alter. Es ist unaushaltbar. Leute, hier da unten ist Issa. Seht ihr ihn direkt vor dem Fisch, den? Das ist Issa, der Süße, Alter. Oh, er sieht aber relativ entspannt aus. Schlagen Sie hier den Bart. Er genießt die Zeit hier, Alter. Issa, Junge. Null das Ding nach Pause, Alter. Let's go, Junge. Auf geht's. Ich weiß noch, was ich habe. So viel Spaß. Die sind alle noch so jung. Das ist so krass, Alter. Light, Emki, Jungs, let's go. Die holt das Ding. Auf geht's, Alter. Ich möchte Freunde passieren, möchte ich sehen. MQ, Light, Issa, Aqua, Stompi und Letgy. Ja, Letgy auch. Ja, auf jeden Fall Letgy auch. Alle Top Ten. Definitiv Top Ten, alle. Wer von den ersten hat, wird es mir egal. Hauptsache EU macht komplett Top Ten. Danach kommt von mir aus Mongral hier oder Mr. Savage. Wer auch immer kommt, Alter. Auf geht's. EU. Auf geht's. Oh, Leute. Marshmallow legt ja noch auf. Ganz vergessen, dass Marshmallow ja noch auflegt. Geil, Alter. Geil, Alter. Das ist der Battle Bus, Runde eins. Schaut euch den Battle Bus an, Leute. Habt ihr das gesehen? Der Pokal? Sehr cool. Well done, Epic. Well done. Der Trimax spielt auch mal. Seht ihr das? Der Typ, der die ganze Zeit umläuft. Ah klar, Trimax. Well played. Dieben Kills, Alter. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kills und Top Ten, Junge. Ihr habt dann 19.15. Das ist gewinnt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der Fall. Der Typ ist gerade immer noch drin, right? Die Typ ist da gelandet und auch gestorben, glaube ich. Toll gemacht. Danke, David. Nee, danke schön. Super. Weiter so, Bruder. Dankeschön, Alter. Wirklich. Ey, das ist wirklich insane. Oh mein Gott. So, ist es wieder die komplette Top Ten, ist wieder ein A. Aber wir haben gestern gesehen. Europe the f*** up, Alter. Nach drei Runden war ein A. Stomped. Und Europe war ganz oben, Leute. Und ich glaube richtig hart an Stompy, an Issa, an Aqua, an Letchy, an Light, an NQ. Leute. Wir haben sehr, sehr wenig EU-Spieler in der Top 20. Und kein eins im Deutschen. Aber das war die erste Runde von sechs. Das wird sich auf jeden Fall noch ändern. Und die Stimmung hier ist wie beim Fußball, man. Das ist das Geist des Tanz. Und da hier die komplette Lounge neben uns. Die ganzen Pros. Die sind auch alle am Eskalieren hier. Es ist heftig, Mann. Und schaut euch mal an. Es ist unglaublich voll real. Also, schon krasser als gestern, oder? Es ist immer mehr Wahnsinn. Ja, Leute. Issa legt immer noch. Issa gleich Top Ten. Issa gleich Top Ten. Es gibt massive Punkte auf Placement. Erst gerade in der Zeit mit Patch. Kommt doch nach vorne. Kommt gut in die Zone rein. Oh mein Gott, Issa, Digga. Issa, bitte. Top Ten Placement ist drin. Auf jeden Fall. Let's go, Junge. Let's go. Du hast das. Issa nur reingeholt. Das wird ein Win, Junge. Das wird ein Win. 20 AP. Holst dich aber High Ground. Komm schon, komm schon, komm schon. Egal. Weit, weit. Weit, weit. Weit der Platz. Weit der Platz. NQ. Top Ten. 14 Issa auf 19. Still good. Still good. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich auch immer viel geangelt, a la. Aber heute fisch ich die Kacknuss a la. Für Team Liquid a la. Vivid a la. Ehre a la. Und so entsteht Content für Instagram. Ganz kurze Frage. Wer ist denn hier dein Favorit jetzt tatsächlich von allen Leuten, die jetzt hier sind? Äh, ich bin aus der Top 100 leider gestern rausgerutscht. Bin jetzt Platz 117. Wo bin ich jetzt? Von Fortnite. Du bist komplett raus. Bin ich aus der Top 1000 bin ich jetzt nur noch? Also ja, wahrscheinlich. Aber Top 1000 immer noch stark. Top 1000 Worldwide? Weiß nicht. Bei einem Game bei 20 Millionen Spielern ist es richtig gut. Weiß nicht. Okay, aber abseits von dir würdest du jetzt sagen, wer ist dein Favorit hier? Äh, wahrscheinlich ich. Ja? War ich so gestickter. Ich habe ja die Interviews mit den ganzen Leuten gemacht, ne? Ja. Und jetzt eine Frage ist mir gerade total eingefallen, die ich dir auch stellen möchte. Ich weiß es aus dem Kopf. Bin gerade ein bisschen busy, aber klar, mach es voll. Okay. Würdest du sagen, dass E-Sports in Deutschland, weil du bist ja sehr involviert in der ganzen Geschichte. Ja, natürlich. Als E-Sportler oder generell E-Sports im Ganzen genügend Respekt und Anerkennung erhält von der Politik und den öffentlichen Medien? Ja, voll. Ja? War es das? War es das dein Ernst, oder? Nein. Fortnite, Leute! WM! Also bis jetzt halten sich die Amerikaner natürlich halt echt weit oben, die Verbände. Top Ten ist durchzogen von Amis. Necci ist unsere Hoffnung. Necci, alle. Flexi, alle. Flexi, junge Frau. Sie sind 10 Trailer, Leute. Let's go! Digga! Was ist das jetzt? Ich bin so confused. Als ob es kommt ein Trailer und kam halt ein Bild. Das ist sehr geil. Ah, der ist hart. Ja! Fortnite. Fortnite-Dances. Alle Deutschen sind raus auf den Top Trendy. Das läuft! Leute, Zabuga ist eine abdubliche Maschine. Stompy lebt noch. Wenn er das jetzt gewinnt, könnte er noch Top Trendy gehen. Also Zabuga ist ein Tier. Das ist unglaublich, Mann. Das ist insane. Stompy ist Top Ten. Er ist Weltmeister. 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 Buga ist Weltmeister. Jetzt sei denn Stompy, hol ihn jetzt. Das ist Stompy Weltmeister. Ne, das nicht. Stompy noch immer live. 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 Aber was ist er geworden? Dritter. Dritter. Stark, Digga. Dritter mit vier Klinsen, glaube ich. Alter, wir hatten Vicuri Royale. Ja! Vicuri Royale! Das ist unser Weltmeister. Das ist unser Weltmeister. Drei Millionen, Junge. Drei Millionen, Junge. Ich frage ihn mal morgen, ob er Bock, er war los dran zu scheinen. Sein Panner, Junge. Hast du geil gewinnen? Schön gesp***t. Schönes Ding. Zwei Millen hat er dir gebracht. Sein anderer Sohn da rechts neben dir. Schönes Ding. Geil, aber geil. Geil! So, mag jetzt nicht die passendste der führende Abmoderation sein, aber an der Stelle, ich bin massiv müde, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Vlog, das war's von der Fortnite-Werbung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine krasse Zeit. Wir hatten echt eine Menge, Menge Spaß. Wir haben richtig eine Menge coole Leute kennengelernt und echt eine Menge, Menge gesehen. Riesiges Shoutout in Epic Games. Die Tage kommen noch ein paar Interviews mit Online-Leuten, sprich mit Acqua. Und die ist wahrscheinlich noch mal irgendwie online, weil wir es jetzt hier einfach vor Ort nicht mehr geschafft haben. Ich küsse eure Augen, meine Freunde. Peace out. Geht raus in die Gang für Eder Code Reef Insight. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.